einen wunderschönen montagnachmittag liebe leute 13 uhr der ein oder andere hat eventuell den ls 22 schon die ersten paar stunden gespielt wenn nicht wünsche ich euch viel erfolg viel spaß und natürlich auch alle die schon gespielt haben also schreibt direkt gerne mal in die kommentare so euer erster eindruck ich muss gestehen ich habe bisher 30 minuten vielleicht gespielt so ein bisschen die maps angeschaut aber gut soll jetzt auch nicht nicht thema dieses dieses videos sein es geht um um euch um uns um eine hoffentlich geile gemeinsame zeit und die möglichkeit dass wir einen einen ls 22 oder wieder einen einen public server stellen wollen im ls 22 und da brauche ich brauche ich euren input wir müssen natürlich gucken ihr seht ihr vier minuten spieler wir gehen nämlich einmal ganz kurz rein habe ich ganz kurz vorbereitet wir brauchen einen input wir haben gerade ja noch keine mod maps wie ihr wisst das heißt wir haben die die auswahl zwischen den drei standard maps welche welche soll es soll es werden also wir sind jetzt hier kurz auf der elm krieg dass die amerikanisch angehauchte karte geht einfach darum dass ich nicht nur dass ls 22 menü euch zeigen möchte sondern auch mit euch andere fragen stellen stellen möchte und zwar gehen wir ganz kurz mal hier runter in genau in das menü die spieleinstellungen automatischer speicher unterfall der zeit skalierung liegt lassen wir mal aus aber wenn ihr bock habt offenen ls 22 team chaos public server dann wie gesagt brauchen wir euren input ich brauche euren input was was wollen was wollen wir machen welche welche karte soll das sein schreibt das bitte unbedingt in die in die kommentare oder like einen kommentar der der euren euren favorit quasi reingeschrieben hat in inklusive der jetzt nachfolgenden einstellungen auch das ist natürlich hilft uns beim beim rausfinden wo wo die reise hingehen soll und zwar spielen wir mit saisonalen wachstum also ganz kurz ihr seht hier rechts die die erklärung das heißt ich lese das jetzt nicht vor wir bleiben ein bisschen auf der auf dieser seite das heißt ihr könnt das nebenbei lesen ihr macht kurz stopp liest das durch weil sie gerade noch nicht weiß wisst was was damit gemeint ist und sollen sollen wir quasi mit ls 22 season spielen wie lang soll so ein monat sein visualisierung der jahreszeiten ja lassen wir mal ganz kurz außen vor weil wir wollen ja nicht immer dass der monat wie märz ist also ausschalten hier für dynamischen monatswechsel also wenn wenn wir mit diesen spielen dann sollten wir das ausmachen ansonsten sagt auch gerne da was was ihr sehen wollen würdet wir können hier mal ganz kurz ne schön in den dezember okay wir gehen schnell wieder raus vielleicht muss es noch sind ich weiß nicht ich habe vorher nicht getestet wir sind jetzt im visuell im dezember so vielleicht müssen wir das noch auf nein machen ihr seht ich bin selber noch nicht so ganz drin liegt aber auch daran ich hätte mir vorher und von den ganzen preview streams die jetzt am wochenende waren mit absicht kein angeguckt weil ich mich nicht nicht aus dem hype reißen wollte alles selber rauszufinden das mache ich gleich da so ein bisschen ein bisschen gucken aber erstmal wollte ich für euch das video abdrehen mit mit euch quasi entscheiden was 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 es halt werden soll das heißt hier die klare frage noch mal seasons ja nein die länge falls kein seasons welche jahreszeit präferiert er welche welche angezeigt wird ne dann natürlich ja nein ist ja egal ob es dieses haben oder nicht frucht zerstörung flügen und sowas ganz ehrlich so wie es jetzt ist würde ich das auch auf einem ableg server einstellen weil dann hat man einfach naja okay die frucht zerstörung vielleicht aus damit keiner auf drauf kommt und sagt hey ich fahre mal alles kaputt aber so flügen finde ich immer ganz schön steine sammeln freue ich mich tatsächlich schon drauf als als neues feature kalgen und kraut kennen wir würde ich trotzdem anlassen ist halt immer eine schöne abwechslung nicht nur nur ansehen und zu ernten da kann man noch mal ein bisschen was anderes machen gut schmutz automatischer motorstart da können wir uns jetzt überstreiten oder nicht ich glaube da können wir relativ relativ einfach mit helfern werden wir auf einem public nicht groß spielen von daher ist das auch völlig egal was wir hier einstellen ich habe das eben schon einmal ganz kurz überflogen gehabt dann steht sie aus normalerweise wäre hier alles auf kaufen helfer auch mal glaube ich aus dem public nicht nicht darüber sprechen von daher ist das das wichtigste was was ich von euch gerne wissen würde welche der der drei maps soll es sein mit seasons ohne seasons gerade auch wenn ihr die box immer sagt konsolero seid habt ihr jetzt hier die möglichkeit mit mit zu spielen von daher schauen schauen wir mal was was bei rauskommt und ja ich wünsche euch viel spaß im ls 22 ich freue mich wahnsinnig dass er jetzt raus ist ich hoffe ihr freut euch genauso ich freue mich wahnsinnig auf ein paar mega mega coole projekte die wir hoffentlich schnellstmöglich angehen können und ja kann mich an dieser stelle einfach nur für fürs zuschauen bedanken wie gesagt schreibt bitte die kommentare ob ihr bock habt auf einem public was welche welches settings es sein soll welche map und bleibt gesund und wunder macht's gut ist zunächst mal tacho